Die Suche soll am frühen heutigen Kurzzeit wieder aufgenommen werden. Bis zum Abend hätten wir etwa keine Sprache. Heute wird, dass wir mit mehr als 160 Menschen an Bord auf dem Glück ist. Sie war auf dem Weg von Indonesien nach Singapur, bis der Druckkontakt abracht. Vorher hatte die Besatzung meiner anderen Rückwünsche gebeten, wegen schlichten Wetters. Der Winter einbruch sorgte auf der unschaftlichsten Bekämpfung der Bekämpfung. Untertitelung des ZDF, 2020